Das Ganze. Das wird der absolute Wahnsinn. Oh shit, jetzt ist er reingefallen. Ich muss hier auch mal alles ein bisschen... Ich weiß gar nicht, inwiefern man das alles sehen kann. Oh yeah, Leute. Da ist sie drin. Guck mal, du leckerer Quark. Nochmal schön auskratzen, da die Amze. Everybody goes... Oh Gott! Ich habe jetzt schon eine Sauerei veranstaltet. I cried when I got that phone call. I'm so thrown. I don't know what to do, but to give our two of mine. Better stand tall when they're calling you out. Don't pen, don't... So fertig ist, Zuckerschrift gekauft. Das wird super. Also die Schale ist zu klein. Deshalb, ich will ja keinen 3-Sterne-Kopf. Wenn ich die Flüsse, dann peip das hier einfach hier rein. Oh shit. Oh, man, freu dich drauf. Das wird alles super. Oh shit. It's my life. Just when I thought I said I like and said my check on the side. Said she got one on the way. Faster. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Das war's für heute. Ich hätte beinahe die 250 Gramm Zunger vergessen. Perfekt! Mein Löffel ist ja reingefallen. Ach komm schon. Egal.